Hier fahre ich auch gerade durch die Gegend mit meinen Hunden und sehe hier einen absolut ausgemergelten Hund. Der hatte seit Wochen nichts mehr im Magen. Der stirbt gerade da. Der ist auch älter. Der stirbt. Ich versuche ihm jetzt zu helfen, aber ich weiß nicht, ob er sich helfen lässt, wenn ich merke, dass er vor Angst beißt. Ich weiß es nicht. Also sowas findet man hier auch. Da fahren viele Leute vorbei. Keiner macht was. Der ist am Ende so ein Weibchen. Die ist total am Ende. Und jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwie helfen kann. Also wenn er hierher zieht, hat halt immer die Augen offen, dass er jemandem helfen könnte. Hier solchen Hunden hilft kein Mensch. Also ich habe die kleine Maus jetzt mitgenommen. Die wäre sonst in diesem Graben verreckt. Also ich habe die Maus jetzt mitgenommen. Das ist eine Weibchen. Die kann kaum stehen. Die hat keine Kraft mehr. Das ist Haut und Knochen. Nicht da rausgehen, Schatz. Nicht. Ich habe ja Gott sei einen leeren Hundezwinger gerade. Jetzt hat sie ein bisschen Wasser getrunken und ein bisschen Trockenfutter gefressen. Also die war ja in dem Graben. Da wäre die allein nicht mehr raufgekommen. Die hatte keinerlei. Die hat einen Skalibo um. Die sind recht teuer hier. Das heißt, sie ist mal geliebt worden. Das ist ein Weibchen. Wenn man ein Weibchen nicht sterilisieren lässt, dann laufen die irgendwann weg. Genauso wie ein Männchen. Die gehen halt einfach ihren Trieb nach. Ne, Schatz. Wir versuchen da einen Besitzer zu finden. Und von Rüde hat sie wahrscheinlich weggelockt von da, wo sie wohnt. Und dann ist sie schwanger geworden. Hat sie Welpen gekriegt im Campo und dann war es das. Haut und Knochen. Ne, Sirki. Ein neuer Besucher. Ja, ein bisschen guten Platz, wie sie finden. Weil ich habe schon genug. Die Krallen sind auch total lang. Die muss man auch mal schneiden. Aber sie hat keine Zecken, keine Flöhe dank dem Skalibo. Nicht da runter. Sonst fällst du auf den Maul. Nein, das ist leer. Nein, nein. Geh rein da in dein Haus. Jawoll. Schlauer Hund. Na, wer sagt es denn? Ja, genau. Es was. Wasser. Total ausgedörrt. Also sie ist nicht mehr so ganz jung. Ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schön. Aber ist egal. Ist ein halbtoter Hund. Und jetzt ist er bei mir. Und vielleicht hat jemand ein Herz und adoptiert den von mir. Jetzt muss man erst mal wieder ein bisschen aufpäppeln. Ne? Also hier gibt es ein Update zu dem Hund, den ich gefunden habe. Haut und Knochen. Ja, da hat eine Freundin mir geholfen. Haben wir den gefunden im Facebook, dass er vermisst wird seit gestern Nacht. Also der Hund ist jetzt ein Kilometer gelaufen in seinem Zustand. Der kann kaum laufen. Meiner Meinung ist er abgehauen, um Futter zu suchen. Der ist seit gestern Nacht bei einem alten Mann. Der ist nicht richtig füttert. Ja? Jetzt hat mich diese Frau kontaktiert, die Tochter von dem. Und sagt, ich meine, ich kenne ihn ja auch fast, den Mann. Der ist mein ehemaliger Nachbar. Und der war immer gut in der Hundehaltung. Aber wie kann ein Hund so dünn sein? Ne? Keine Ahnung. Also die hat mich jetzt so böse angemacht, diese Frau auf der WhatsApp. Ich bringe jetzt den Hund zu ihrem Vater zurück und wünsche ihr das Beste und hoffe, sie geht wirklich zum Tierarzt mit ihm. Und dass die Tochter ein bisschen schaut. Weil ich glaube, der Vater, der kann sich nicht mehr um sich selber kümmern. Der ist so alt. Wie soll er sich um so einen Hund kümmern? Meiner Meinung nach ist die bis dahin einfach. Die ist verhungert. Ja, wenn ich die nicht gefunden hätte, wäre die in dem Loch gestorben. Aber wie gesagt, frohe Nachricht. Besitzer gefunden. Jetzt geht sie wieder heim. Ne, Tita? Tita, Tita. Ja, ist schon sehr alt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt gibt es noch einen Nachtrag. Ich bin gerade bei dem Haus angekommen. Keiner da. Hab aber gesehen, wo Tita wohnt. Nämlich hier. Ja. Hier wohnt Tita. Die hat nicht mal ein Hundebett. Nichts. Weiches. Nichts. Ja. So hält man dann einen alten Hund in der Garage. Hier drin ist ungefähr 35 Grad warm. Da knallt die Sonne auf dieses Tor. Hier ist ihr Ausgang. Da hat er sich Mühe gemacht. Aber tut mir leid. Der Hund, der passt da leider nicht durch. Das ist nämlich ein großer Hund. Das ist ein Schäferhund. Wie soll der Hund denn da sich durchquetschen, sag mal. Das ist viel zu klein. Schloss verschlossen. Also er wohnt nicht mal mit seinem alten geliebten Hund in seinem Haus. Er hat zwei große Häuser hier. Sperrt die da ein. Okay, hier ist ein Garten. Hier ist es einigermaßen eingezäunt. Ja, da kommt sie nicht raus. Ich lege es einfach hier im Schatten auf die Wiese. Aber so eine tolle Haltung ist es dann nur doch nicht. Tut mir jetzt ein bisschen leid für sie. Aber es geht nicht anders. Genau. Also ich muss jetzt noch mal trotzdem was sagen. Und zwar zu dem Hund. Also es war so, dass ich rausgestellt hatte dann am Schluss, dass das der Hund meines Nachbars war. Weil der Hund, also meines ehemaligen Nachbars, der kam mir irgendwie bekannt vor. Ich konnte den nur nicht zuordnen. Und wie gesagt, eine Freundin hat ihn dann im Internet gefunden. Und auf dem Bild, das man da sieht, da ist er jung. Sieht auch gut aus. Ja. Und sieht auch geliebt aus. Und alles. Der Mann liebt auch seine Hunde. Das ist manchmal einfach nur Unwissenheit, wie man es gut macht. Und natürlich sind auch nicht alle Portugiesen so. Aber das finde ich einfach auch schade für den Hund. So geliebt. Und dann muss er in dieser heißen Garage fristen. Und darf nicht mal zu ihm ins Haus. Und hat dann nicht mal einen weichen Platz. Also ich meine, der hat nur Haut und Knochen. Also ich glaube, da will der alte Mann sich auch nicht hinlegen, wenn er nur Haut und Knochen hat. Auf dieses harten Boden da. In Portugal, das ist vielleicht jetzt, ja, ich weiß, man kann nicht alle retten. Und der Hund hat es im Vergleich zu den Straßenhunden ganz gut. Ja, also ich kenne den Mann. Das sind schon liebe Leute. Aber die Tochter war doch dann erstaunt, wie dürr der Hund war. Und sie hat ja auch zugegeben, sie hat ihren Vater drei Monate lang nicht gesehen. Also vielleicht ist der Hund in den drei Monaten so abgemagert. Aber ich muss sagen, diese Frau wollte mich bei der Polizei anzeigen, weil ich ihren Hund nicht rausgeben wollte. Weil ich gesagt habe, warum ist der so dünn? Und ich brauche einen Tierarzt, der braucht einen Tierarzt. Und sie, ja, ja, sie bringt ihn zum Tierarzt. Aber die Leute reden halt immer viel und machen nichts. Wenn sie es gewollt hätte, hätte sie es ja auch schon die letzten drei Monate machen können. Darum war ich halt eben vorsichtig. Und daraufhin hat sie mir auf das widerlichste und bösartigste gedroht. Sie zeigt mich jetzt an. Der Hund wäre ihr Besitz. Der Hund hat einen Chip. Und ich würde sie ihres Besitztums berauben. Ja, das hat sie tatsächlich, habe ich alles schriftlich auf der WhatsApp. Sie zeigt mich jetzt an. Sie geht jetzt zur Polizei. Also die gute Frau weiß auch nicht, dass es unzählbare Tiere gibt, die einen Chip haben, die so gequält werden. Das ist noch lange kein Grund, dass sie den Hund zurückhaben kann normalerweise. Also keine Ahnung. Der Hund, der war kurz vorm Sterben. Also der war halbtot. Ob ich jetzt da dann noch die Tierpolizei einschalten soll, das wäre alles ein bisschen tomatisch gewesen für meinen ehemaligen Nachbarn. Also egal, was man macht. Der Hund wäre ja eh bald gestorben. Also drum. Aber ich habe mich doch geärgert mal wieder über das Verhalten der Portugiesen. Weil die war so zickig zu mir. Und das ging wirklich auf keine Kuhhaut. Und das passiert eigentlich fast jedes Mal, wenn ich einen Hund rette und zu Portugiesen zurückbringe. Das letzte war ein kleiner schwarzer Hund. Den war auf der Straße und den hätte ich fast überfahren. Der war so groß wie eine Katze. Voller Zecken und Flöhe. Ohne Chip, ohne Halsband. Den habe ich mitgenommen. Und ich habe dann nur zufällig den der nächsten Woche einen Mann gesehen mit so einem ähnlichen Hund und habe den gefragt, ob ihn einer abhandengekommen ist. Dann meinte er, ja. Und dann bringe ich ihn zurück. Dann hat der mich fertig gemacht vom Feinsten, vom Feinsten, was mir einfällt, seinen Hund mitzunehmen. Ja, ich habe den Hund ja nicht vor seiner Tür eingesammelt. Also die haben wirklich einen Schlag zum Teil, die Leute auf dem Campo. Da sagt man einfach nur Brutto dazu. Die sind hier Brutto. Heißt so viel wie keine Bildung und naja, etc. würde ich mal sagen. Wie gesagt, für alle Portugiesen, die zuhören, sind nicht alle so, aber viele. Also, das musste ich unbedingt noch loswerden. Also bis zum nächsten Mal.